Ah! Schlagrohrstange! Ich mach das kaputt! Doch offensichtlich! Und tschüss, den lass ich einfach zurück. Ein Schlafgut, Stella. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Dann bist du zufrieden. Ist es gut, wenn du zufrieden bist? Ein Rehkurvenbogen. Da ist eine Kurve drin in der Reh. Okay. Und ein Seil. Jetzt hat er... Vorsicht! Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Das hat doch jeder gehört, oder? Wie sie sich verbiegen kann. Wie eine Brezel. Halt! Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich ja aus. Frosch out. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Warum hat er sich nicht erst vorgestellt, wie man es eigentlich macht? Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg hier raus? Ja. Ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Ich muss mir das erst anhören. Das ist wichtig. Nein, ich höre es mir nicht an. Das... Wir sind hier... Im Feindesland. Ah ja, ich habe nur drei Giftpfeile. Die sie mir irgendwie nicht abgenommen haben anscheinend. Ihhh, die haben mir wenigstens einen Eimer zum Scheißen da lassen. Ich glaube, es gibt eine Mission, dass ich diese Dinger, da die Plakate kaputt machen soll. Ich habe nur zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Was ist das? Eine Geschichtsstücke. Dieser Ort hat... Ich habe endlich... Es war ein Arbeitslager. Ui, Pistel! Sehr gut. So, habe ich jetzt hier irgendwas vergessen? Nee. Ich glaube, hier komme ich nämlich nicht mehr hin. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen. Sie führten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott. Das muss schrecklich gewesen sein. Wer diese Zeiten überlebt hat, hat viel zu erzählen. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Hier, wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Sie? Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Jetzt müssen sie die fragen. Wir müssen weg. Dir ist es nicht sicher. Ja, dann gehen wir halt. Dann gehen wir einfach. Aber ist das nicht auf vielen Festivals so, dass die einfach überfüllt sind? Ein Dorffest. Ja, dann habt ihr aber da mächtig was falsch gemacht. Erst mal Pfeile bauen. Weil die Stecker, die ich gesammelt habe, die haben sie mir nämlich nicht abgenommen. Die habe ich mir nämlich in den Schlitz gezogen. Das ist nicht so, dass sie nicht abgenommen haben. Wer hat das gesehen? Ha! Dein Ernst? So war das jetzt aber nicht geplant. Er ist getroffen! Spalterfeuil! Ich werde erschossen! Du kannst ihn nicht verstehen! Au! Das ist völlig behindert eigentlich, weil man da stealthen sollte! Aber gut! Habe ich sie halt alle weggebaut! Auch nicht schlecht! Das war wirklich gut! Das hat jetzt eine Menge Zeit gespart tatsächlich! Und meine Pfeile sind auch alle wieder voll! Ach, wusste ich es doch! Da war was mit den Laptops! Den Hodensack in kaltes Wasser hängen! Eins von zehn! Wow! Wo kommt das denn her? Warum liegt es da? Eigentlich war er mein erstes Ziel! Den wollte ich eigentlich zuerst nippeln, aber... Da ist irgendwie nichts draus geworden dann! Ich bin ne C-Robbie! Oh! 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 Laptop kaputt! Noch ein Laptop kaputt! Vier von zehn! Mann! Da ist noch einer! Fünf! Hä? Hä? Wo sollen denn dann nochmal fünf Stück davon sein? Ich geh nur kurz kacken! Postern verbrannt! Ah ja! Gehe aber nicht ohne Feuer! Okay, die Laptops noch finden! Irgendwie! Da ist bestimmt einer oben! Debbie! Danke fürs Reihenfolgen! Herzlich willkommen! Cool! Was? Wo kommst du denn her? Seltsam! Ich dachte eigentlich hier oben... Wäre da auch noch ein Laptop! Ah! Ich verstehe jetzt nicht ganz, wo die restlichen Laptops sein sollen, wenn ich ehrlich bin! Mein fünf Stück ist vielleicht schon viel! Ich weiß, dass ich da hinten noch rein kann! Und in das Haus, glaube ich, komme ich auch noch rein! Aber sind da fünf Laptops? Ich will... Ich möchte ein bisschen nennen! Wie ist er denn da reingekommen, Mann? Die Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Okay. Paddy hat mir gerade Bilder geschickt, wie das da aussah bei dem Fest. Da müssen aber viele Menschen da gewesen sein, dass das rammelt voll war. Gut, aber dann darf man nicht vergessen, ein Besoffener braucht auch nochmal ein bisschen mehr Platz als ein nüchterner. Wir haben ja einen gewissen Schwenkradius. Aber es muss schon viel los gewesen sein. Leck mich am Arsch. So, das war Nummer 6. Wo ist Dietrich? Hier. Aha. Endlich mal kein Minispiel. Ah. Aha. Sonst haben die immer Minispiele bei sowas. Keine Ahnung, warum die das immer machen müssen. Wir sind Patrouillen zu den großen Grabungsstellen unterwegs. Hier. Hier. Jacob. Was macht er da? Er redet. Hört man doch. Was ist sein? Scheiße. Vorsichtig, Lara. Ich soll mir noch zeigen, wir sind recht überzeugt. Aber ich will selbst in dieser Runde. Wir lassen sie am Leben. Puh. Er hat voll hergeschaut. Ach, das ist der Jacob. Dachte, das ist der. Erschrocken. Heute ist echt schlimm im Erschrecken. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe. Was ich geopfert habe. Was mich erwartet. Die ist krank. Die ist krank. Oder her? Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen. Mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Das ist überhaupt nicht freundlich von dir. Ich will mich gar nicht immer erschrecken. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig. Wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Hey, ich erschreck dich gar nicht. Stimmt doch gar nicht. Was tun sie? Na, runter gehen, Mann. Du bist ja noch da. Wolltest du nicht schlafen gehen? Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Ärgern ist nicht dasselbe wie Erschrecken. Erschrecken kann zu nachtragenden Schäden in meinem Körper führen. Nein, gar nicht wahr. In der Ecke eine alte Runkel. Nein, gar nicht wahr. Ich ärgere dich gar nicht. Ich bin meistens nett zu dir. Ich wollte dir sogar einen Freund suchen. Mit großen Eicheln. Und drei Eiern. Gulag. Die Nacht ist schwarz. Die Nacht ist schwarz. Die Nacht ist schwarz. Und da malt sich etwas ab. Es ist das Huhn. Kartoffelsalat. Ich muss hier raus. Das Latte, die Sechzehnte. Sie will fliehen in die Freiheit hinaus. Hinein. Hinaus. Hör zu, Rumpel. Leih mir deine Zange. Hildegard hat mich geweckt. Rumpel leit dem Huhn die Zange. Und es macht sie frei. Aus dem Hühner einerlei. Ja. Patty ist schön. Lalalala. Lalalala. Lala. Huhn, Huhn. Huhn, Huhn. Runkel, Huhn. Stall, Hahn, Hack. Das ist so blöd. Hack. Und das Huhn. Kartoffelsalat. Ja, Latte, die Sechzehnte zieht. Ihren Regenmantel an. Ihren Regenmantel an. Und ein Rucksack. Ha, 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 ha. Es ist wie Flina. Ha, 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 ha. Lalalala. Ich muss dieses Kabel aus dem Wasser kriegen. Schnipp, schnipp, schnipp. Schnipp, schnipp, schnipp. Mit Radies sind zwei. Das Huhn. Flieht aus dem Hühnerstall ein, allein. Über die Straße. Dort trifft es den Frosch. Den Frosch. Den Frosch. Quack. Ich geh auch gleich ins Bett. Keine Sorge. Der Frosch hat einen merkwürdigen Namen. Er heißt... Das ist so seltsam, einfach dieses Lied. Geist, die Sorge. Geist, die Sorge. Hier geht es! Das war's für heute. Ja, neue Abteilung und so. Nein, werde ich nicht. Normaler und anständiger, nein, nein, nein. Kann sie einfach so, mit einer Dose, kann sie das dann. Ob ich nervös bin? Natürlich bin ich nervös. Deswegen darf der Tag auch nicht vorbei gehen. Nein, 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 nein. Das wird schon irgendwie, denke ich mal. Muss ja irgendwie werden. Ist da eine Dose drin? Ah, hier, habe ich ja schon vollkommen vergessen. Die Dinger. Wir dringen weiter ins Tal vor, ich starre abwesend. Was meinst du? Ich habe nichts auf dem Mikro. Hä? Ich habe nichts auf meinem Mikro, hä? Was meinst du bloß? Ich höre, wie gesagt, wirklich gleich auf. Ich mache jetzt die Sequenz hier noch fertig. Und dann höre ich auf. Ich weiß nicht, was du meinst, Anna. Ich habe nichts auf meinem Mikro. Oder seht ihr schon wieder? Oder seht ihr schon wieder was, was ich nicht sehe? Oh Gott, das ist alles, 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 alles da. Was ist da? Ach so, nein, das ist von meinem Stuhl. Da sitzt nix drauf. Wie merkwürdig. Hier ist ein Lager. So, jetzt müsst ihr euch beeilen, wenn ihr noch was abspielen lassen wollt. Denn hier werde ich jetzt gleich beenden. Ich weiß nicht, was du meinst mit brav. So was merkwürdiges. Zum ersten Mal seit Wochen werden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Zwei Punkte. Spider-Schwein, Spider-Schwein, macht was immer ein Spider-Schwein macht. Hängt es von einem Netz, kann es nicht. Sie ist ein Schwein, pass auf. Sie ist ein Spider-Schwein. Hödina ist schwarz. Im Höhnerstall ist dunkel. In der Ecke eine alte Runkel. Das ist schwarz. Und du schwarz. Der Moment zusammen. Sie hat nur die Uhr für uns dazu genommen. Und du schwarz.